Naja, ein Steuerwagen. Na, so gut. Ah, ich kann hier dran bleiben. Jetzt haben wir hier aber ein paar Leuchtekiefer auch. Die müssen wir, glaube ich, wegschießen. Oder? Oder? Ne, du musst jetzt, glaube ich, gefahren. Kann ich die abschießen? Ah, ich kann die schon abschießen. Oh Gott, ich kann nicht so schnell schießen. Das ist mein Problem. Müssen wir nicht runter? Wir müssen da runter. Bitte? Andere Seite. Du musst, wir müssen hier runter. Ach so, ja, ich habe das, sorry, ich sehe ja nur begrenzt. Oh, ich werde sterben. Ah, 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 ah. Schnell, Power. Okay. Jetzt müssen wir das Ding da aufmachen. Wieder rechts bestimmt Gewichte machen oder so. Ich glaube da rechts nicht. Da müssen wir irgendwo reinschießen. Muss noch ein bisschen näher ran. Hm. Oh, jetzt durchballern. Coole Sachen, was die sich hier alles einfallen lassen. Das ist wirklich krass. Ich bin echt begeistert. Echt cool. Oh, jetzt hier runter. Oh, hab ich nicht gesehen. Oh, hab ich nicht gesehen. Oh, hab ich nicht gesehen, dass es da runter ging. Da hast du Strömung gehört. Das schöne ist, sie haben richtig tolle Ideen und hübsch gemacht. Ja und auch präzise umgesetzt, muss ich sagen. Ich hab irgendwo irgendwie das Problem gehabt, dass die Steuerung als solches nicht funktioniert. Dass ich jetzt damit nicht so gut klarkommt, ist ja nicht die Sache. Aber das stimmt. Was? Was machen sie denn? Die Bienen kann ich nur bekämpfen, wenn du die vorher einwachst. Ja. Oh, die machen einen Fribbelsturm. Ja. Oder du musst den ausweichen einfach nur jetzt. Wahrscheinlich. Einfach nur. Boah, die kommen uns richtig hinterher. Bis zu einem bestimmten Graf. Einfach durchfahren. Das hat gut geklappt. Ja. Auf jeden Fall. Das möchte ich gerne hier irgendwo ein Scheitarterex. Schwuppel. Oh Gott. Aua. Wow. Sie sind schön. Ja. Mordliche Schönheit. Schleifische können lethal sein. Wir besser gehen. Schau. Licht. Los geht's. Okay. Sind die Quallen jetzt wirklich böse oder? Ne. Ich glaube, die tun uns nichts. Ich glaube, das ist einfach nur Licht. Okay. Ich höre die Bord und komm zusammen. Ich höre die Bord. Ich höre, Captain. Oh, da ist auch nicht viel Platz. Da müssen wir wahrscheinlich gleich zu Fuß laufen. Oh. Hier können wir Licht machen. Jetzt müsste eigentlich mal dein Part kommen, oder? Aber ich denke mal, du musst hier dein Gelee erst wieder reinmachen, damit ich die Dinge durchgängig anmachen kann. Aua. Lass es sich Licht geben. Ah, okay. Ah, Gelee hopsen. Ja. Du kannst auch auf den Stehen bleiben, dann passiert da nichts, wenn du längere Zeit brauchst. Damit die sich erstmal wieder zuseinander bewegen, oder so. Das ist aber Duschter. Ja, wir sind hier unten, Junge. Ach, ich denke immer, das reicht nicht, und dann mache ich nochmal den etwas verlängert. Ich weiß nicht, mit dem Speed noch, ja. So. Perfekt. Ui, Biolumineszenz. Cool. Hier wird was gemalt. Ein Eichel. Ein Eichelhörnchen. Äh, Quatsch. Oh, eine Eichelhörn. Vor allem mit Leuchtfarbe. Ja. Okay. Jetzt sehen wir die Geschichte der Eichelhörnchen. Genau. Von dem bösen Eichelhörnchen-Gott. Wow. Cool. Das muss die Eichelhörnchen sein. Das hat Mei schon gesagt. Oh. Guck mal. Armes Reichelhörnchen. Okay. Wir haben sie vertrieben. Ja, ja, okay. Warte. Ist das wir? Was? Wo sind wir? Ach, hier. Guck mal, dass es nicht fehlt. Und unsere Rosi. Aha. Guck mal, die Eichelhörnchen. Hier rechts. Haben auch schon Corona gehabt. Haben auch... Ah, toll. Toilettenpapier geortet, ja. Aber ich habe noch keinen Eichelhörnchen mit Maske gesehen, ne? Ne. Ja, das hatten sie nicht so sehr. So. Guck mal, da. 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 Werden wir beklaut. Klobürste. Heugabel. Oder Gabel. Drum. Toilettenpapier. Quatsch. Toilettenbürste. Genau. Kamen und ne Brille. Gehst du es wie runterjumpen, oder wie? Ja, aber ich würde sagen, hier die kleinen Sprünge so. Ja, ich denke auch, dass wir anders nicht runterkommen würden. Oh. Ups. Ähm, und jetzt. Das. Ja, das hast du. Ah, hi, hi, hi. Natürlich. Ich wieder. Hey. ach das ist so ähnlich wie mit diesem staubsauger fliegen ja genau muss diese dinger da treffen aber ich bin da abgesprochen obwohl ich noch nicht heute geht ja nur in die richtung ja und jetzt einfach da draußen darüber sagen ja okay ja ich habe jetzt nachts noch so eine weitere ein bubble gesucht ok ok Oh, okay, wir müssen uns bewegen. Ich habe auch nicht drauf geachtet, aber ja, weil ich mir jetzt gerade die Atmosphäre, also die die Umgebung und so weiter alles nur angeguckt hatte, da hatte ich nicht drauf geachtet, dass das hier noch ein Event ist. Ich auch. Ja klar, jetzt dreht er sich um die eigene Achse. Naja, um wessen Achse soll er sich auch umsdrehen? Das sind noch mehr. Ich glaube, wir müssen bestimmt nicht auf den nächsten Springen oder so. Natürlich. Könnte ich mir auch vorstellen. Cody, ist der Plan, um zu über die Wände zu schwimmen? Äh, nein. Oh, häng an! Oh, verdammt du, Cody! Das ist nicht meine Geil! Eben, hör auf, mich immer zu beschuldigen! Das liegt in der Natur. Aua! Oh! Oh! You know, I am getting really tired of falling. Well, be grateful you're in good shape. Oh, yeah? Thanks, Mei. I meant good shape in this world. Oh! I see. So you're saying I'm in bad shape in my real body? Oh, I didn't say that. Mei, I am made of clay. Could you run, jump and fall like this in your real body? No. Exactly. Well, enjoy it while it lasts. Yeah, okay. Hey! Oh, das wäre ein Minigame! Pum, 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 Stumpel. Ne, hier noch nicht. Eig primeiro, noch nicht drauf. Jetzt erst zu den Pum, Pum, Stumpels. Mei, schau! Eine Schraubring. Ja, ich glaube, ich muss auf die andere Seite gehen dafür. So, lass dich bewegen. Ich ziehe nicht auf deine Seite gelangen. Zielen. Waffe laden. Uff. Äh, warum Waffe? Oh, okay, gut. Worauf muss ich schießen? Ja, okay. Könnte ein kleines bisschen dauern. So close. Yes. Oh, rubbish. Nothing to it. Ich habe irgendwann mal gewonnen. Äh, okay. Jetzt gehe ich mit Router runter. Okay, dann eins noch für die Entscheidung, ne? Ja, genau. Machen wir noch ein Entscheidungsspiel. Okay. Don't blame me at the lost stings. There we go. That's right. Hey, ja, was machst du anders? Keine Chance gerade. Null. Jetzt bist du weit, Ford. Ach, Quatsch. Du schaffst das noch. 2,8, 0, genau. Ja, schön, die Minigames. So, richtig cool. Lockert das Ganze mal noch so ein bisschen auf. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir beiden simultaner, ehrlich. Richtig geil. Oh, 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 warte mal kurz. Okay, weiter geht's. Stufe ist zu hoch. Hier kommt man nicht weiter. Oh, Mann. Warum werde ich denn jetzt reingesaugt? Ich wollte überhaupt nicht. Ja, man wird reingesaugt, wenn man stehen bleibt, da kurz davor. Ich glaube, die Dinger musst du vorher runterschießen, wenn du hier so fliegst oder so. Oder kurz davor, oh, du bist schon da. Ich bin weit genug wohl geflogen. Achso, man fliegt auch weit genug. Äh, wo sind wir gehen? Nur eine Weg raus. Nach oben. Ach, okay. Jetzt musst du mal hier aufpassen. Meine Güte, das ist so geil. Ja. Auch, dass die Perspektiven immer ändern. Dass man nicht immer nur ist, der 3. 3. Von der dritten Person oder von oben nach unten. Richtig. Ach Gott. Ach, nee, da hätte ich ja mit dabei müssen. Oh, ich bin tot. Versuche, am Leben zu bleiben. Bin da. Aber jetzt haben wir es durchgeschafft. Nee, das kann erst die Hälfte oder darf erst nur die Hälfte sein. Das macht so viel Spaß. Oh. Nein. Ich bin wieder da. Oh Gott. Arena. Kolosseum. Willkommen im Bienenkolosseum. Oh, guck mal, da sind Streichhölz da drin. Ich weiß nicht, aber... Deswegen machst du auch immer den explosiven Schaden. Jetzt auch gerade das erste Mal gesehen. Ach Gott. Ein Mistkäfer. Mistkäfer? Ist das nicht ein Hirschkäfer? Äh, Hirsch... Ja, genau. Hirschkäfer. Den schaffen wir. Zeig doch mal an, auf wen er flexiert ist, glaube ich. Ich glaube, der muss... Hier rauf. Ich glaube, wir müssen diese Dinger hier füllen. Du musst diese... Ja. Wenn er denn da drauf ist, dann muss ich auch anzünden. Ich fülle erst mal auf, er kommt jetzt zu dir. Ja. Er kommt wieder zu dir. Ja, ja. Cool. Jetzt kommt er zu dir. Verrampfen. Ja, das ist zu stark. Wenn er sich einmal in den Rhythmus gewöhnt hat, geht es. Sehr gut. Sehr gut. Noch einmal und dann ist gut. Bleib mal hinter dem... hinter dem Jedi stehen. Ach, verdammt, okay. Ich dachte, er greift dich an. Jetzt tun wir uns zu. Warte, 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 warte. Warte, warte. Warte, warte. Und dann ist es jetzt gut. Ich bin schützlos. Ich bin schützlos. Oh, okay. Okay. Well, uh, du kennst die Queen? Die hat überall Nektar. Huh? Also, wenn du uns ermitteln kannst, kannst du so viel Nektar wie du willst. Ich kann? Ja, er kann alles haben. Yummy. Was sind wir für? Komm schon, aufhören!